Grundsätzlich gilt, die neue Währung des Kommunikationszeitalters heißt Information. Wissen bedeutet Kontrolle, Kontrolle bedeutet Macht. In der Datensammlersprache liest sich das so. Die statistisch erstellte Prognose menschlichen Verhaltens dient der individuellen Handlungssteuerung. In die normale Sprache zurückübersetzt, wenn man alles über einen Menschen weiß, kann man sein Verhalten vorhersagen und steuern. Dieser Zusammenhang interessiert naturgemäß nicht nur den Staat, der seine Einflussmöglichkeiten ausbauen will, sondern auch die Wirtschaft, die Kapital aus der neuen Ressource Information schlägt. Gegenwärtig erleben wir einen wahrhaften Goldrausch der Datensammler, nur dass der Klondike von heute mitten durch unsere Privatsphäre fließt. Krankenkassen wünschen sich Patientenprofile zur Erstellung risikospezifischer Beitragssätze und verschweigen wohlweislich, dass das Prinzip Versicherung gerade auf der Unkenntnis der individuellen Zukunft basiert. Auskunftteien bilden per Scoring Verbraucherprofile, die an Kreditinstitute, Mobilfunkanbieter oder Zahnärzte weitergegeben werden. So kann ein Wohnsitz in einem verruchten Stadtteil schon einmal dazu führen, dass man keinen Telefonanschluss oder seinen Zahnersatz nur auf Vorkasse bekommt. Supermarktketten erschaffen mit Hilfe von Paybackkarten und bald durch an jedem Produkt angebrachte RFID-Chips genaue Kundenprofile, um demnächst an der Kasse fragen zu können, ob der Kaffee vom letzten Mal nicht geschmeckt oder die Tampons der Größe normal nicht gepasst haben. Dieses Wissen wird erkauft mit lächerlichen Rabatten, die dem Kunden angeblich für seine Treue zugestanden werden. In Wirklichkeit ist der moderne Konsument als Datenträger ein permanent gemolkener Goldesel. Sogar der Staat verkauft die Datensätze seiner Bürger. Allein Name und Adresse sind 5,50 Euro wert. Wenn Privatfirmen Datensätze anbieten, beispielsweise über Personen, die sich für private Krankenversicherungen interessieren, kann ein qualifiziert terminierter Lead auch mal 269 Euro kosten. Kaum jemand, der im Internet oder an der Supermarktkasse schnell mal einen Fragebogen ausfüllt – wir wollen die Zufriedenheit unserer Kunden überprüfen – ist sich bewusst, dass er gerade einen Haufen Geld verschenkt. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind die meisten Menschen in der westlichen Welt nicht nur materiell hervorragend versorgt, sondern auch umgeben von einer Technologie, die den Alltag in bislang ungeahnter Weise vereinfacht. So nützlich ist diese Technologie und so erotisch ihre Erscheinungsform, dass sich die Menschen ihr überlassen und manchmal geradezu in ihr aufgehen. Das Vertrauensverhältnis zwischen Mensch und Informationstechnik ist im Grunde gesund. Die Technologie ermöglicht uns eine neue, zugleich spannende und bequeme Lebensform. Indem wir allerdings Computer und Handys mit Daten füttern, machen wir uns nackt. Der gläserne Bürger entsteht nicht aufgrund eines öffentlichen Röntgenapparates, sondern zuallererst durch unser eigenes Verhalten. Ohne uns der Risiken bewusst zu sein, erschaffen wir Doppelgänger aus Bits und Bytes. Schattenwesen, die uns irgendwann über die Köpfe wachsen können. Und dafür muss man nicht einmal ein Internetprofil mit höchstpersönlichen Informationen füttern, was viele Menschen heute zum Zeitvertreib, zum Beispiel bei Facebook oder StudiVZ, oder zum geschäftlichen Networken, zum Beispiel bei Xing machen. In der Wunderwelt neuer Spielzeuge, die im Monatstakt auf den Markt gebracht werden, fehlt noch immer ein klares Bewusstsein für mein und dein. Bei einem Gegenstand, zum Beispiel einem Haus oder Auto oder Kleidungsstück, haben wir ein starkes Gefühl für Eigentum und Besitz. Instinktiv wissen wir, was es bedeutet, wenn uns etwas gehört. Und wir reagieren mit Widerstand auf den Versuch, es uns wegzunehmen. Bei Daten, die man nicht sehen kann, und deren Wert für viele Menschen mangels Erfahrung schwer einzuschätzen ist, funktioniert dieser Instinkt noch nicht. Kommt es zu einer Verwertung dieser Daten, egal ob durch Staat oder Wirtschaft, fehlt es auf Seiten der Bürger häufig an der eigentlich gebotenen Empörung und auf Seiten des Verwerters am Unrechtsbewusstsein. Mit größter Selbstverständlichkeit überwachen Arbeitgeber ihre Angestellten, im vermeintlich berechtigten Interesse zu wissen, was ihre Schäfchen während der Arbeitszeit so treiben. Manche Konzerne sind in letzter Zeit wie Geheimdienste vorgegangen. Ob bei der Telekom oder der Deutschen Bahn, Mitarbeiter wurden abgehört, ihre E-Mails gelesen, ihr Surfverhalten dokumentiert. Als die ersten Skandale bekannt wurden, trugen die Verantwortlichen eine verwunderte Miene und ein gutes Gewissen zur Schau. Offenbar war man überzeugt, die Mitarbeiter samt Daten gehörten in neo-feudalistischer Manier dem Konzern und es sei völlig normal, sie bei Bedarf zu überprüfen. Die mühsame Art, wie die Verantwortlichen angesichts der öffentlichen Kritik allmählich zurückruderten, verrät viel über die herrschende Mentalität. Obwohl Daten das Privateste sind, was ein Mensch überhaupt besitzen kann, gelten sie noch immer als eine Art öffentlicher Rohstoff, an dem sich jeder bedienen darf. Der moderne Bürger und IT-Nutzer ist gegenüber der Überwachungsgesellschaft blind. Er genießt die öffentliche Selbstinszenierung, er wirft sich auf Webseiten in Pose, er äußert sich überall, meist unbedacht, und teilt seine intime Sphäre mit Fremden. Er entblößt sich auf den Marktplätzen der Eitelkeit, als wäre ironischerweise ausgerechnet im Internet das kalvinistische Ideal des riesigen Fensters verwirklicht, durch das ein jeder die Reinheit des eigenen Lebens demonstrieren kann. In der virtuellen Welt scheint tatsächlich zu gelten, ein guter Mensch ist, wer nichts zu verbergen hat und deshalb auch nichts verbirgt. Aber das ist ein Irrtum. Die Verknüpfung von scheinbar unverfänglichen Daten kann intimste Geheimnisse verraten. Kommt es zu so einem Fall, ist der Nutzer entsetzt und sucht verzweifelt nach Möglichkeiten, sich und seinen Datenkörper zu schützen, um ihn wieder ins eigene, heimische und für Fremde unzugängliche zurückzuführen. Es gibt Firmen, die den Service anbieten, unerwünschte persönliche Informationen aus dem Internet zu tilgen. Das kann bis zu 375.000 Euro im Jahr kosten. Die Höhe dieser Summe zeigt den Wert von privaten Daten und damit auch die Größe der Gefahr, die ihre Verbreitung für den Einzelnen mit sich bringen kann. Das 20. Jahrhundert hat uns eine Umbruchssituation hinterlassen, in der politische und wirtschaftliche Kräfte um eine Neuverteilung der Macht ringen. Ohne dass schon die notwendigen Regeln, Gesetze genauso wie ungeschriebene Verhaltenskodizes wirksam wären, um den schwächsten Akteur im Spiel, nämlich den Einzelnen, angemessen zu schützen. Der Staat versucht Kontrollmechanismen, die das Individuum in früheren Zeiten durch religiöse, familiäre oder ideologische Einbindung berechenbar machten, durch technische Überwachung zu ersetzen. Die Wirtschaft macht sich fit für eine Zukunft, in welcher der Bestinformierte der Stärkste sein wird. Dazwischen steht, noch einigermaßen blauäugig, der Bürger. Er lässt sich verführen, gängeln, überrumpeln. Er ist dabei, sich aus Überforderung und Unkenntnis ganz preiszugeben. Dabei sollte uns allen klar sein, dass Daten nichts technisch Abstraktes sind. Der Mensch, der nicht nur ein körperliches, sondern auch ein geistiges Wesen ist, setzt sich aus Daten zusammen. Wir sind aus Zellen wie auch aus Informationen gemacht. Unsere Daten gehören zu uns, wie unser Körper, und wie die Dinge, mit denen wir uns umgeben und die wir unser Eigen nennen. Dafür müssen wir ein Bewusstsein entwickeln. Und dieses Bewusstsein muss den gegenwärtigen Umbau unserer Gesellschaften bestimmen. Sonst werden uns zwei Entwicklungen, die wir als Geschenke begrüßt haben, die Chance auf eine neue Weltordnung nach dem Ende der großen Ideologien, wie auch die technologische Revolution, schließlich zum Schaden gereichen. Epilog Unfreie Aussichten Neben dem Eingang zu dem Haus mit der Nummer 27b am Cannonbury Square im Norden Londons hängt eine Gedenktafel an der Wand. Hier lebte George Orwell bis zu seinem Tod im Jahre 1950. Hier schrieb er das berühmte 1984, seine Vision eines totalitären Überwachungsstaates. Cannonbury ist eine ruhige Wohngegend. Trotzdem sind im Umkreis von 200 Metern von Orwells einstiger Unterkunft 32 CCTV-Kameras montiert. Sie halten fest, wer vorbeigeht, wer stehen bleibt, wer George Orwells Räumen einen Besuch abstattet. Orwells geliebte Aussicht auf die baumbestandenen Gärten wird von zwei Aufnahmegeräten Tag und Nacht eingefangen. Die Rückseite des Hauses wird von zwei weiteren Kameras, die vor einem Konferenzzentrum postiert sind, erfasst. Und neben Orwells Stammkneipe, The Compton Arms sorgt die Kamera einer Autovertretung dafür, dass gegebenenfalls nachgeprüft werden kann, wer den Pub wann betritt und wann verlässt. In manchen Teilen Londons verlangt die Polizei die Installierung von CCTV, bevor sie der Lizenz für eine neue Kneipe zustimmt. Big Brother is watching you Einst als Slogan erdacht, um das neu erschienene 1984 zu bewerben, ist in George Orwells Heimatland mittlerweile Realität geworden. Als die britische Regierung im Herbst 2008 eine umfassende Überwachung der gesamten Kommunikation ihrer Bürger beschloss, regte sich Widerstand von hoher und unerwarteter Seite. Das Oberhaus des Parlaments äußerte eine ungewohnt strenge Warnung. Großbritannien sei eine Überwachungsgesellschaft geworden und dies müsse sich ändern. Das House of Lords, für gewöhnlich als aristokratischer Blinddarm belächelt, hatte sich bis dahin nicht gerade mit staatskritischen Verlautbarungen hervorgetan. Umso beachtlicher war diese Intervention. Pointiert bemerkte ein Blogger, In ihrem weitreichenden Gutachten stellen die Lords jene wesentlichen Fragen, denen wir uns in diesem Buch gewidmet haben. Hat die Zunahme an Überwachung und Datenspeicherung das Verhältnis zwischen Staat und Bürger fundamental verändert? Wo befindet sich bei Überwachung und Datenspeicherung eine Grenze, die auf keinen Fall überschritten werden darf? Was für eine Wirkung haben Überwachung und Datenspeicherung auf die Freiheit und die Privatsphäre des Bürgers? Reichen die bestehenden Gesetze aus, den Bürger zu schützen, oder bräuchte es einen gezielten Grundrechtsschutz vor Überwachung und Datenspeicherung? Die Analyse gelangt zu einem verheerenden Fazit. Der Sicherheitswahn der letzten Jahre stelle die größte Gefahr für die britische Demokratie seit dem Zweiten Weltkrieg dar. Mehr als vier Millionen Kameras seien im Einsatz. Sieben Prozent der Bevölkerung würden schon in der staatlichen DNA-Datenbank geführt. Lord Goodlatte, der Vorsitzende des Verfassungskomitees des House of Lords, betonte, dass es keine Rechtfertigung für eine Kontrolle gebe, die dem Staat Detailkenntnis über jeden einzelnen Bürger verschaffen soll. Am Ende formuliert das Gutachten eine Quintessenz, die klarer nicht gefasst werden könnte. Zitat Privatsphäre ist eine grundsätzliche Voraussetzung für individuelle Freiheit. Auf den ersten Blick ist es ermutigend, dass die Entwicklungen endlich einmal von einem anderen Staatsorgan als den Verfassungsgerichten kritisch beleuchtet werden. Bei näherer Betrachtung offenbart sich jedoch, dass auch das House of Lords nicht in der Lage ist, die politische Klasse zum Umdenken anzuregen. Das britische Innenministerium beeilte sich festzustellen, dass an den bestehenden Gesetzesvorhaben keinesfalls gerüttelt werde. Und die Pressesprecher der Sicherheitsfirmen ließen sogleich verlauten, ohne CCTV wären unsere Gesellschaften nicht mehr sicher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017